Die Wegfindung fällt mir hier wirklich sehr schwer, muss ich sagen. Also gerade, weil es auch so große Areale sind, wo hier und da mal so eine unscheinbare Leiter nochmal hängt. Und ich die ganze Zeit auch im Hinterkopf hab, vielleicht kommt gleich noch irgendein Spacken und will auf dem Bellat bellern. Das wär nicht so cool. Guck mal, was sind das hier für Wege? Warum gibt's die Wege? Das macht alles keinen Sinn. Ich seh nix. Äh. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, es tut mir leid. Das ist auch wieder dead end, wahrscheinlich. Jupp. Okay, 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 okay. Ich will nur erstmal einen Speicherpunkt haben, damit ich den Scheiß hier nicht mehr sehen muss. Ist das ein Ordnungsspiel? Kommen wir damit klar. Ja, komm. Komm hier nicht mit Fallschaden, echt nicht. Guck mal, hier hochgehen. Oh, das Nase kratzen. Ach, was da. Es ist so sinnlos alles hier. Mein Gott. Das geht mir gerade auch ein bisschen auf den Piss, muss ich sagen. Vom Level-Design her haben die auf jeden Fall nicht so viel... Ach, guck mal hier. Ja. 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 Level-Designer haben die trotzdem echt nicht viel geschickt bewiesen. Weil das, was sie hier gemacht haben, ist echt nicht gut. Du kannst das Telefon jetzt nicht benutzen. Das wäre zu gefährlich. Erledige zuerst diese Scharfschützen. Scharfschützen. Okay. Okay. Ähm. So. Zufrieden. Okay. Wo sind die restlichen Scharfschützen? Ah. Mann! Alter! Ich hasse diese gottverdammte Steuerung. Die ist direkt aus der Hölle. Ohne Scheiß. Das geht mir... Das geht echt gar nicht. Die ist so schlecht. Oh. Und so unintuitiv. Himmelarsch und Zwieren, ey. Das geht echt... Boah. Das wird mir schlecht. So. Das war ein Headshot, Junge. Geh mich auf den Sack. So. Einen gibt es hier irgendwo noch? Das waren vier Soldaten auf jeden Fall. Okay. Jetzt hielt ich irgendwo hin. Ah. Da klingelt das Telefon. Ja! Bleh. Bleh. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht das Nap werde. Ghost. Sorry, ich muss dich zurückziehen. Ich habe Niobe mit einem Arm's-Reich. Sie holen die Arme für die anderen. Wir haben viele Arme. Wer braucht mich? Jacob von der Gnosis. Er ist unbewusst. Der Korrupt ist in der Hydro-Pump Room. Ich habe ihn zu öffnen. Ich habe ihn öffnen. Ich habe ihn zu öffnen. Ghost. Ich brauche diesen Waffen. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Granatwerk. Okay. Ich fühle dich erstmal gut an. Ähm. Ja. Da. Da wollte ich gerade sein. Habe ich doch mal kurz gesehen. Das klappt ja hervorragend. Egal. Hinter dem großen Ventilator da vorne geht es weiter. Aber wie? Und wo? Ja. Achso, ich kann vielleicht eine Granate sch- Könntest du deinen Ausgang wahrscheinlich freisprengen. Ja. Guckt euch das mal an. Das ist echt so lächerlich diese Granaten. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Ich verstehe es nicht. Holy shit. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Das hat mich wirklich nicht gerechnet. Das hat mich wirklich nicht gerechnet. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gepumpt. Oder gepompt. Out of the chair. Oh. Folge den Angaben deines Hinsuchgerätes. Okay. Was weiß ich gerade für ein geiler Kick. Na gut. Ich finde das echt gut, dass sie mir hier wenigstens ein Navigationssystem zur Verfügung gestellt haben. Wer hat denn hier gesprochen? Niemals! Aber... Das ist überhaupt schon der Street Streeper. Kannst du mal ein bisschen Waffen holen? Ganz wichtig. Ganz wichtig. So. Zack. Der Rest brauche ich jetzt zu fressen. Shit. Hehe. Okay, das macht ja wieder Spaß. Kann ja nie anders sagen. So. Jetzt habe ich mich direkt wieder verlaufen. Ah, okay. Dann fliege ich bestimmt in die Luft. Ja, ich weiß. Das war sehr dumm und mutig. Hallo. Habe ich genau gesehen, du Sau. Ich brauche keine Waffen sprechen lassen. Ich benutze deren Waffen. So. Hallo. Bist du dumm. Bist du dumm. Genau das sollst du machen. Die ist doch sehr ergiebig, äh, die Fokusleiste, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Sonst noch jemand hier? Ohne Fahrschein? Okay. Dafür brauche ich leider dann doch... Okay. Perfekt. So. Wo war hier die Leiter? Irgendwo hat mich doch hier was nach oben geführt. Die Musik ist viel zu Action geladen. So. Niemals! Nein, nicht runterfallen. Okay. War's das jetzt? War's das jetzt? Dankeschön. So. Wo war die Leiter? Ich hab die Leiter schon wieder verloren. Ich bin mir sicher, dass es die noch gibt, aber ich weiß nicht mehr, wo die war. So, hier kam ich glaube ich rein. Ah, hier, guck mal. Shane. So. Ich will was kaputt machen. Ein paar Offensivgranaten hab ich ja noch für den Fall der Fälle. Ein paar mehr könnte ich trotzdem noch gebrauchen. Hups. What the fuck? Da sollte ich wahrscheinlich nicht durchgehen. Okay. Weiß ich jetzt raus, ist er tot. Oh. Das war dumm. Warum soll ich jetzt da hingehen? Warum soll ich jetzt da hingehen? Was soll mein Bestreben sein, dort jetzt wieder zurück zu gehen? Scheißegal! Nahtkampf ist echt einfach am besten, ne? Kann man ja noch sagen. Die Pumpe ist in die Luft geflogen. Warum ist die Pumpe in die Luft geflogen? Da hab ich aber nix zu tun. Der ist weg. Okay. Äh. Ja. Hm. Sollen wir wieder hoch gehen? Kein Problem. Guck mal, jetzt hab ich mir den Weg nämlich gemerkt. Oh, boah, meine Schulter bringen mich eben... Jetzt gar nicht, wieso. Ne, ich muss runter. Wo muss ich denn jetzt runter? Äh, bitte? Der hat ja grad auf mich geschossen. Und dann schotzt er mich eifrig. Boah! Das ist jetzt schon wieder alles zu. Das kann doch nicht wahr sein. Ohne Witz. Achso, jetzt verstehe ich glaube ich den Weg, den ich noch gehen muss. So, einmal drumrum, einmal rüber und dann... Dahinter fallen lassen, oder? Kann das sein? So. Hier nehm ich. Ha! Musste ich doch. Äh... Okay, der Durchschlupf funktioniert also nicht mehr. Du darfst wohl gleich das Panorama genießen. Such den Bereich nach einer Öffnung ab, die zum Keller führt. Ey, weißt du? Nur weil ich... Das hab ich ja schon vorgesehen, dass ich da nicht mehr durchkomme, Ochse. Und deswegen schickst du mich nochmal da hin, um zu sagen... Äh, da kommst du ja wirklich nicht durch. Ah! Oh! Au, oh! Hallöchen! Ist das vielleicht schon mal ein Hinweis darauf, wo ich hin muss? Okay, das war der Wandlauf. Haben wir uns auch schon mal gesehen. Die Moves haben sich schon geil gemacht. Die sehen auch echt von der Bewegung her ziemlich gut aus, muss ich sagen. War's das jetzt? Dankeschön. So... Ja, hier, ne? Hui! Such einen Weg zum Obergeschoss. Ich werde mir Mühe geben. Äh... Hier ist nix. Dann ist, äh... Nur noch dieser Weg verfügbar. Kackfresser! So. Ich geh aber einfach. Und noch einen schönen Wurf. Ha! Schön runtergeschmissen. Geil. So. Einer ist da unten aber noch. Das weiß ich. Äh... Oder auch nicht. Vielleicht... Ich mach nicht dieses oder das andere unten. Da ist noch einer. So. Ruhe im Puff. Ja, meine Energie lebt sich wieder auf. Das ist immer ein gutes Zeichen. Uuuuuiuiuiuiui. Okay, okay, okay. Die Löse sind auch echt ganz gut getan, muss man sagen. Oh, okay. Der war geil. So. Guck mal, wer trifft die noch? Ja, ich hab jetzt grad leider mit dem Nachladen den Fokus gemacht. Okay, das war nicht so cool. Kennt ihr übrigens... Äh... Ach du Scheiße, wie hieß das Spiel denn nochmal? Wie hieß das... Spiel nochmal. Ah, cool. Das hätte man die auch kaputt machen können. Ähm... War für Playstation 2. War auch so ein... Matrix... Shooter so ein bisschen wie Wett. Oh, fuck. Boah, da muss ich mir echt überlegen. Warte, 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 warte. Ich hoffe, mir fällt es noch ein. So mexikanisch angehaucht. War ziemlich stylisch auf jeden Fall. Hab ich gerne gespielt. Gab es zwei Teile für die Playstation 2. Ich glaub noch einen für die PSP. Ah, ja, mir fällt das noch ein. Mir fällt das noch ein. Eher humoristisch angehaucht. Können wir das machen? Nein. Okay. Äh... Hatte, glaub ich, auch so... so einen mexikanischen Namen irgendwie. Das war ziemlich cool. Wirklich. Oh, Gott, Gott, Gott. Da hab ich... Dabei hab ich eigentlich echt ein gutes Gamer-Wissen. Gerade aus der Zeit. Weil ich fast... Also auch für die Playstation 2 von der Bibliothek. Ah... Aber wie hieß das? Gottverdammtes Spiel nochmal. Das ist, glaub ich, relativ unbekannt. Weil es auch in der... Also ziemlich spät, glaub ich, auch erst in der... mit dem Zyklus rauskam. Ach... Fällt mir jetzt grad echt nicht ein. Egal. Vielleicht fällt's mir wieder ein. Aber ich war wet für die Playstation 3. Das war eigentlich ziemlich genau so wie das. Nur halt... Ne, älter. War auch schwer. Da muss man auch mal Punkte holen und so. Ah, guck mal. Hier war ich, glaub ich, noch nicht. Versuch nicht. Versuch nicht. Der Dampf ist zu heiß. Okay, noch ist ja nichts passiert. Der kommt von einer Pumpe im Keller. Ah... Da, wo ich grad wahrscheinlich vorher war, ne? Hab ich recht. Ach, ja. Nein, auch das nicht. So, die Pumpe im Keller. Wo war sie? Da ist sie. Dankeschön. Ich wollte grad sagen. Das glaub ich wusste nicht. Sicher sie die Ausgänge und Leitern. Ach... Äh... Uh... Das ist Wahnsinns, Junge. Schmeiß ihn hin! Tritt doch mal auf ihn drauf. Ne, der ist tot, okay. So. Mich nervt das grad voll, dass mir nicht einfällt, wie das Scheißspiel heißt, ne?